jetzt musst du nur einmal grinden gehen mit mir und das glück klebt an deinen klingen ach was hast du denn gemacht in der zeit das ist eine lüge das lag nicht an dir ich muss nur kurz den lukas hier eintragen sterbt diese kartoffeln 163 machen wir hoffnungen macht mir auch noch das tut Ich kann mich jetzt schon auf meinen Dimptri versuchen. 1.30 fails, Alter. Holy. 100. Das tut mich nicht weh. Wer hat denn da sogar gähnt? So genüsslich. Achso. Das bisschen Haushalt. Aber das Lied geht doch so. Das bisschen Haushalt macht sich von alleine, sagt mein Mann. So geht das doch. Alles Lüge. Bist doch der Mann. Also sagt ihr das, das macht sich von alleine. Keine Zeit muss putzen. Ist halt so. Mach ich auch immer mittwochs bei Patch Day. Ist der beste Tag dafür. Gelenzt wieder die Putze. Jeden Tag? Ne, ich muss das jeden Tag machen. Ja gut. G-G-Z habe ich gemacht jetzt. Siehst du? Ist das Ultra-G-Z. Das ist ein G-G-Z. Zebra. Jajaja. Das ist kein Zebra. Da hat hier mal Tri gemacht. Ich weiß, dass er nicht hier wegzudaut. Vermut aber das soll ein Tett werden. Ja. G-G-Z hat da Tage hin schon übersehen. Achso. Punkt. Ah, jeder hat ja seine eigene Rotation durch. Gibt es mir wieder ein Mysterium, wie hier die Leute ihre Spots grinden. Hm. Das ist halt lustig, wenn das so eine Rotation ist, die durch zwei Spots durchgeht. Vielleicht bist auch du falsch. Ich glaube immer diese eine Rotation, die eigentlich alle so gerne laufen. Ahas gehen. Also nicht die Main-Rotation, aber schon eine der beliebten. Der Main-Spot ist dann diese Cliff-Side oben, oder was? Neee. Du musst noch Main, oder? So, da bin ich nicht. Ich bin... Ich glaube auf die große Runde. Den großen Kreis. Also... Neee. Also nicht bei dem Toshi da lang, sondern davor. Bloß einmal den Weg hoch, wo die ganze Mob-Gruppe links und rechts hin und einmal durch die in der Mitte. Also... Keine Ahnung. Jaja, dort wo früher zwei Schatten lippen waren. Ja, beziehungsweise da sind ja immer noch Schatten. Ja, ich weiß wer das. Ich glaube ich bin zu schnell hier. Oh Gott, ist hier drin. Okay. Mein dunkler Riss hat sich gebildet. Findet den dunklen Riss und haltet den Boss auf. Oh... Muss nachher auch noch zwei machen. Muss ich auch bald mal wieder machen. Habe ich auch schon wieder vier rumliegen, ey. Vierer? Nix hinreiten. Nix hinreiten. Hm... Ne... Erst wenn ich mal eine Dunder habe, dann kann man da vielleicht drüber reden. Meinst du? Also so in vier bis fünf Wochen. Bis ich die EF3 habe. Ja, da dauert doch nichts zu fangen, ja. Nein, ich weiß es nicht. Luga, hast du wieder einen Baum kaputt gemacht? Ja, ja, ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mich nicht zu haben. Ja, ich habe schon den Baum kaputt gemacht, Akash. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich versuche ja auch Wissen von denen zu bekommen. Und das habe ich bisher noch nicht gekriegt, leider. Leider. Direkt Tretoy. Halt noch kein Vodum. Auf dem Weg. Das habe ich jetzt. Klasse. Ja. Extra hier. Liebe. Eine Pluszena und eine Pluszena. Nein, danke. Ey, so viel Liebe und Dank wie du kriegst, leck mir doch die Füße, ey. Ich habe 16. Seitdem ich mit Luga in der Gruppe bin, habe ich kein einziges mehr bekommen. Da siehst du immer, was sie einmal raustauschen. Vor allem Flecken aus Hemden. Luga saugt also alles raus. So, so. Lutrial aus. Und das kann sie verdammt gut. Aus Lutrial. Ich mag Flummis. Ich mag Flummis. Ich mag Flummis. Was meinst du? Erfällt dieser Kuchen eigentlich zum Geburtstag. Ja, der gibt dir eine Million. Gibt es einfach nur NPC ab. Also verkauf es einfach. Dieser 100% XP Kuchen. Achso, den du aufstellen kannst, oder was? Nee, nee, nee. Der... Combat Skill Live. Aufstellen. Den kannst du erst, dann kriegst du nochmal % XP. Äh... Lifeskill XP, Talent XP... Also wir haben ja neu, dass der abläuft. Läuft dabei sich irgendwie ab. Wenn es nicht dran steht. Ich glaube den werde ich für mein 61er Level Upgrade benutzen und nicht für mein 60er. Hm, da habe ich gerade ein komisches Geräusch gehört. Ich konnte es nicht zuordnen. Ui, was ist los? Ja, genau. Dann sagst du mir auch vorher mit Bescheid in den Geschmeißen. Dann, äh... Ich erinnere mich mal dran, dass ich meine ganzen Glocken mitnehme. Oh, du hast die Geräusche gemacht im Flur. Sag mal einfach vorher Bescheid, damit mach ich einfach trutz die Wii aus. Übrigens, ich habe gerade eine Glocke geschmissen. Ist das okay für dich? Byeeees! Okay. Immer am eben Mittagessen, ne? Ja. Ja. Oh, liebe! Dann kriegt nämlich diese Scheiß-Glocko endlich mal weg und die haben dann noch mal einen Sinn. Och, ey. 17. Wie viel hast du denn nochmal? Läuft! Oh, Mensch. Ich weiß, ja. Find ich gut. Was? Ja, so viel... Was? Geburtstagszeugs. Was? 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 Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin in meinem Tränen. Ach so! Also ihr seid sicher, ja, übrigens nochmal wegen dem T9er, dass Eleganz für Pegasus ist, ja, sicher. Du kannst es auch einfach überprüfen, indem du auf die Mads achtest. Dort steht nämlich drauf, für welches sie sind. Und das, was dort, wo dieses Material dann reingeht, ist dann für Pegasus. Wie wurde mal gesagt, dass Eleganz für ein Einhorn ist und Stärke für ein Pegasus. Also dort, wo, wenn du ein Item hast, wo Ardunath draufsteht, ist für Pegasus. Und also dort, wo das Item dann reingeht, ist für Pegasus. Also zum Beispiel Steinschweichfutter, musst du ja Rechtsklick machen, ne? Wenn das dann zum Beispiel in die Mitte geht, ist das von der Mitte her für Pegasus. Wie auch immer das dann genannt wird, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Und Dine ist Einhorn. Und Tum ist natürlich gut. So kannst du es dir im Grunde mehr achten. Deswegen finde ich es auch schade, dass Steinschweichfutter für den Pegasus ist. Weil ich ja eigentlich ein Einhorn für die Wüste will. Aber jetzt bin ich ja ziemlich häufig in Kammer. Ja, also wäre ich mit dem Pegasus auch zufrieden. Bis ich natürlich irgendwann nach Hystria kann, ne? Dann bereite doch gleich für Hystria vor. Hey, bis ich Hystria kann, beginnt zehn Jahre. Ach, locker, drei Morde bist du da, wirst du sehen. Ja, 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 du weißt schon, mit wem du da redest, ja. Ja, ja, sempa. Du bist, glaube dran, hm? Ja. Es ist ein Wunder, dass überhaupt so schnell hintereinander mehrere Ertests gemacht hat. Zwei. Mit der Einstellung wird das nix. Das ist ja... Standard, also. Du musst immer positiv da rangehen. Verstehst du das? Ich bin negativ, denke ich. Nee, Quatsch. Hm. Ja, klar. Sie interessiert das. Sie hat letztens zu mir gesagt, als ich mich aufgeregt habe, dass jeder Ted macht, sagt sie zu mir, Was regst du dich so auf? Es kann dir doch scheissegal sein. Ich so, ja, ist ja gut. Jetzt hat Nico und ich Ted gemacht, jetzt regt sie sich auf. Was du sagst? Kann dir doch scheissegal sein. Ich habe ihr gesagt, warum regst du dich auf? Ja. Was? Hier steckt einer? Ich bin damit jetzt schon wieder an. Dank dich bei Luga. Und sie hat damit angefangen. Na, du hast die ganze Zeit Ted gemacht, ich habe mich aufgeregt und so. Ich muss die aber machen. I need Ted. Hattest du keine Ted gemacht? Ja. Nur steht ja nicht mein Name drauf. Ja, das ist nicht klar. Nö, du kannst ja auch sparen, du ja gleich Pennsachen aus den Mannheim hoch. Wenn du Pennen machst, dann steht da dein Familienname. Das ist die Waffe gepriegt, wenn du irgendwelchen Bauchtest. Das werdet ihr nie sehen. Nicht so eine negative Einstellung. Ey, ich darf das ja. Aha, warum? Warum darfst du das? Hallo, du hast schon Ted Waffe, wirklich? Ja und? Ich habe auch was dafür getan. Ich spiele dieses Spiel seit Kacke. Ich habe genug gelitten. Aber hey, du hast doch Glück in der Liebe. Das so oder so? In der Liebe bin ich Rehmeister. Ach du, boah, isst mir schlecht. Kann man dich für eine Diät buchen? Da hat man ja nie wieder Hunger, ey. Habe ich gut reinbekommen, will das keiner mehr sein, dass jeder das nur noch Marie sagt? Heuleise Marie. Ich weiß. Tschüss. Und da bin ich dir ja dankbar. Jacqueline. Quäke alleine. Hast du 6.000? So, wie viel Zeug haben wir eigentlich schon? Oh. Die 100 Mille habe ich voll. 12.000? 22.000? Wie viele Briefkasten ligadöns habe ich? Oh, 16.000? Oh, habe ich auch so den V getrefft? Oh. Wo hab ich das denn hingekriegt? Ich war doch gar nicht in der Nähe von V. So, dachte ich. Wow. Verwurrend. Ja. Ach ja. Im Jogos sind schon was gechillt. Oder? Findest du? Aber. Langweilig. Oh. Ja. Jetzt hast du mich heute schon umgefasst. Aber ich bin. 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 Du denkst. Sei doch mal ein bisschen dankbarer. Und schenk ihr Liebe. Ich bin ein Staubsauger. Sie saugt schon alles weg. Ich kriege ja keinen Loot. Verdammt noch mal. Was will sie denn noch? Was? Will sie auch noch mein Geld? Genau, Luger. Der Nächsten schon nimmt sich Staubsauger. Alles im Absaugen. Was? Der Lootsauger. Der Lootsauger. Der Lootsauger. Kannst du auch machen. Was denn? Ich bin sehr für, dass du mit Lu anfängst. Wow. Ne, du auch. Das glaub ich nicht. Du fängst doch mit Lu an. Ich fang schon viel länger mit Lu an. Ich hab den auch schon sieben. Du bist halt auch älter als ich. Das darf man nicht vergessen. Also ich hab ihn jetzt genau 19 Jahre. Warte. Ich hab den seitdem ich. Wow. Ich bin ein Jahr älter als du. Bada bumm. Nicht mal. Nicht mal. Kannst du mich mal am Tüffel tooten? Kannst du mich? Also. Ich hab die Vorrechte. Vorbei mit der Kontenanz. Später. Sie ausgekontenanzt. Hallo. Kontenanz. Eier. Wow. Wink mal die Oma zu. Ich wink mal der Oma zu. Jacqueline ist die Jungs. Wink mal die Oma. Äh. Tu mal die Oma winken. Ja. Oder tun die Oberarme hinken? Ne, ich hab keinen weiteren Titel an. Naja. Wow, was soll denn das heißen? Der ist ziemlich ruhig geworden im Stream. Was macht ihr denn alle so? Sind ja alle fleißig am Grinden. Weisst du, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch. Ich gähne vor mich hin. Was ist das, oder? Wenn es da gleichbaren Trash gibt. Wohin? Zu Netto? Ja, glaub mal eine kleine Rotation oder so. Ich hab' nie gesagt, dass ich hier nicht weggeblieb sonst. Ich hab' keiner drum, weil es mir langweilig ist. Ja, ne, das hat nichts damit zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir hier in der Gruppe sind. Aber ich bin natürlich gerne hier mit dir. Komm, Liebe, hab' ich begonnen. Gebe ich dir mein Blut. Ich krieg' kein Danke. Ich krieg' kein Liebe. Yay. Sei da froh über den Trash. Ja, siehste. Was krieg' ich? Trash. Ich kriege nur Trash. Du musst halt härter dafür arbeiten. Ja, das ist das einzige Standard hier. Habt ihr eigentlich beide eine Villa? Dann bist du die einzige Villa. Achso, du kannst ja gar keine Villa haben. Stimmt. Ne, ich hab's vergessen. Ich hab' vergessen, dass du gar keine... Ja, ja, immer, immer seid's in die Wunde. Ist vollkommen cool. Hallo, ich mach' hier den zweithöchsten Schaden, ja. Mach' schon was. Easy. Mit Tad war hoch. Ja, dass ich mehr Schaden mache als Lutrian ist ja wohl klar. Sei nicht traurig, Lutrian, das wird schon. Hey, du bist jetzt Mystic, das wird... Pfff, traurig. Ja, dass du auch, wenn du nicht so viel Gier hast, auf höheren Spots grinden kannst. Ihr werdet euch noch alle umgucken. Was hat denn mit der Klasse zu tun? Mit der Kuno wär's bestimmt schon mehr als zweimal gestorben hier. Bist du nicht letztes Mal mit deiner Kuno hier gestorben? Nö. 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 Nö, doch, einmal bin ich gestorben. Nö, gut, aber die Mystic ist auch drei Level unter der Kuno, die haben wir. Ja, und mit der Mystic ist es schon zweimal gestorben. Nö. 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 Ja, dann bleib doch mal stehen! Ja, im Prinzip müsste ich nach Grana und mir, beziehungsweise generell müsste ich mir Liebenspots eigentlich in den Zentralmarkt packen. Na, weil ich da über den Marktplatz Dings Haini zugreifen kann? Wieso in den Zentralmarkt? Ja, und wie viele hast du davon? Keine Ahnung. Also, besser nicht die Zusammenarbeit. Okay, dann tust du also die eine Hälfte ins Lager und die eine Hälfte ins Marktplatz Lager. Also, wenn ich du wär, würde ich mal dein Geld sinnvoll ansetzen. Wird das meins, dann Grana? Das ist nötig für ein Prunkzelt, ey. Bronzenzelt? Nee, das möchte Jan, keine Ahnung. Orange, Gold, Bronze, Kackzelt. Das ist meins. Immerhin hab ich eins. Die Flame hier zwischen euch. Jetzt komm raus, du bist und bringe. Du solltest mal dabei sein, wenn du nicht dabei bist. Boah, du. Dann heult er immer. Dann hab... What? Alter! Du kleines... Abgefracktes... Ja. Ja. Kommt da noch was? Ja, ja. Nee, wir sind ja am Scream. Spannend. Da. Oh, jetzt stoppen, dann stoppt man ja auch ganz gut. Okay. Oh, Schnitzel. Fressen und XP, das ist vollkommen richtig, mehr braucht man hier auch nicht. Boah, Operation Wurzelwurzel, gut verlaufen. Tetra Pak? Und wo ist mein Schnitzel? Wir stehen... Im TK-Fach. Ja, toll. Im TK-Fach. So, kann ich noch was trinken? Schnitzel aus dem Tetra... Näääää. Nääää, ich dreh mir jetzt erstmal aus. Nääää. Schnitzel aus dem Tetra Pak? Näää. So viel Festivals oder so? Und was jetzt bei euch? Schnitzel. Komisch, ist aber gut. Hm. TK-Fach. Näääää. Nääää. Näääää. 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 Nähähää. Nääää. Nääähä. Nääähä. Näääääh. Nääähä. Nääähä. Waarom kommt die alle zu mir? Aber... Nääähäähä. Ableveln. Die ganz große Kino, ist ja nicht so... Nääääh. Luga will also nicht, dass ich ableveln. So, so. Häääh. Wie viele Prozent fehlen die denn jetzt noch für 59? downgraden nennt sich sowas. oh liebe jetzt habe ich 20 mille. 8, uh geil. so jetzt habe ich weder danke noch liebe ich habe alles voll. 8,2,0,3. nimm sie lieber an. die kriegt nicht jeder. weiß nicht ob ich deine liebe haben will. teile die mit felice. okay. dann nehme ich sie an, dankeschön. danke. ach cool, ich glaube ich bleibe hier noch ein bisschen. mache ich mir morgen mein ziel 50 davon zu farmen oder? fertig. damit ich rechtzeitig bei lugan miromox post bin. ich bin auch sonst immer alleine im mannschauung. das nimmt sie mich wieder nicht mit. die ganze zeit. und ich muss so ganz alleine im mannschauung. dann können wir ja zur zweiten mannschauung. nimmst du die wohnung auseinander? nimmst du die wohnung? weis? beim stauputzen hilft, dass du mir die wohnung auseinander nimmt. ich habe mich gerade schon gewundert, wenn du uns kreierst. aber das steckt hier mitten in den wurzeln drin. ich dachte, er wäre wieder in seinem wohnwagen. wenn mittendrin steht nur dabei. ich habe ja auch gekuckt oder nur zu. mit dem zweiten schlägt man besser. das ist nochmal so. was? wo bist du besser? weis? er meint, er würde schaden machen. ok. wow. naja, er macht den dritthöchsten schaden. stimmt schon. meine liebe. ja hier in der gruppe, logisch. heieiei. ihr habt euch ordentlich hier. naja, ist ja nichts falsches daran, wenn ich das sage. stimmt ja. luga macht mehr schaden als ich. ist seltsam. ich bin in der Mitte und Lutrian kommt nach mir. ich finde es falsch. komisch. ja, ja. und Brian, was hast du dazu? exakt nicht mehr. ok. das hat alles seine richtigkeit und ehrlichkeit. lügen tust du, das bist du. was? gar nicht wahr. ja, ja, ja. na, 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 na. mana, mana? oh, nicht schon wieder. mana? oder? das war mal ein paar. ja, ja, ja. weil, das liegt, das zeug. wir nutzen nicht eigentlich mehrere mit? die sind ja nicht gerade leicht, die pots. das sind ja nicht gerade leicht. das macht mich gar nicht. die müssen eigentlich gleich mehrere mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, Luca, wenn du deine Kommoda hier hinstellst, kannst du ja viel mehr Tränke mit mir. Ich hab eine Kommoda in meinem Wohnsitz. Du hast doch genug Kommoden rumstehen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Schublade hat. So wie die auch. Ich glaub, die hat nur so eine Klappe oder so. Wie viele Schublade hat die Kommoda? Mindestens 16. Also eine Minibar. Jetzt krieg ich Durst. Na toll. Ja, sie hat eine Minibar mit Marien in Sachen. Jaja. Au. Na siehst du. Sag doch, du bekommst jetzt auch wieder was. Oh, ich hab ein Danke bekommen. Na endlich. Hat ja nicht... Hat lange genug gedauert. Sei froh, dass keine Bitte gekriegt hast. Warum? Wenn. 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 Dann würde ich mich ja nen Kopf packen. Was ist los? Dieses Monstrum hat mir ... Aua. ja das könnte gut sein es war aber eine sehr grobe wenn ich das mal so anmerken darf werter baum da wurde ich aber das erste mal wurde harry potter nicht auch von der keule begrüßt tränen fehl regelt ich wurde weg gehauen auf einmal das erste mal ich hier gestorben bin du hast mal wieder den baum ich habe zum glück nichts verloren ich stand nicht da in seinem komischen zeug was er da gemacht hat und dann stand ich im roten kreis war nicht so gut die kombination aus beiden ja das geht schnell wenn man nicht darauf achtet wenn man so ok 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 glück gehabt dass meine kristalle noch da sind macht ja ich weiß ja wenn die entwicklung zelt in einer leiste aufs zelt dann er drückt dann liegt es sich hin ja ist ein bisschen doof noch bestimmt ja ich bin ja generell das normalerweise mache ich das so aber ich bin hin und habe aus versehen er gedrückt klingt logisch aus versehen er entschuldigung wie soll man das erklären ja ich bin auch nur aus versehen 300 meter tief in die schlucht gesprung gestorben ich bin auch nur aus versehen 300 meter tief in die schlucht gesprung gestorben habe gerade gekriegt sind wir noch eine stunde hier ich kann gleich mal wenn wir die gruppe hier weg haben gucken wie viel trache ich habe dann kann ich dir das sagen immer noch Minimum eine stunde hier ach so ja ich habe meinen heute auch schon mal reingeklatscht weil habt ihr ich bin auch noch ein 200er dorfen wenn ich das nicht nice wie geht es dir ja ich habe es vergessen den anzumachen geh mal nein diesmal ist er despawned ich bin jetzt bei 10.000 ja kannst du ja anmachen ok los gehts die haben mich eingeklemmt die schweinebacken beschissen gehts der eis hajo das ist ja nicht so nice ja die stehen auf sandwich definitiv mal randale ja wo ist mein schnitzel das ist noch meine tetra pack entwicklung das gibt ein und meins doch das nennt sich jetzt wie heißt das nochmal tigoyersoße ne das heißt doch irgendwie eben nochmal was haben die das dann umbenannt puster oder so ähnlich jetzt schön so ein bisschen diverses ok irgendwas mit bla bla art aber ich weiß nicht mehr wie das hieß wiener schnitzel heißt es ja glaube ich auch nicht mehr so das heißt jetzt auch nur noch wiener art puster art oder so ähnlich ich hab gerade lasagne im hofen ich hab gestern das beste gemacht was ich hier gemacht habe ja das war mega gut und es ist noch so wieder voll gut obwohl ich das auch so essen würde sogar wie das ist nach wie eine schnitze muss vom kalb sein wie eine art ist die fleisch dort egal okay aber wie ist denn noch mal wie ist denn die neue bezeichnungen da wenn wir weiter am essen erzählen mit der zigeunersoße war dann noch mal die bezeichnung die neue ohne zigeuner kettin immer soße ohne zigeuner und dieser große baum der will immer auf mich gehen ist halt so nur auf die kleinen die kenten aber ist putt putt salz wir sind hier bei salzkader ja jäh ich habe liebe bekommen jetzt schon ich bin da gerade an den markt ich schau schon 23 seiten habe ich jetzt noch ach würfel nicht vergessen stimmt ja ich war mit sterben beschäftigt abenteuer so noch einmal würfeln kann nur eins verborgenen pfad gefunden toll hallo wb hallo 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 ja ja jetzt haben wir so ihn und jetzt noch eine sanierform oder was hallo ne ne die läuft ja oh zum glück hat niemand die questpattung gemacht korsan ist sogar da glaube ich ich glaube aber sogar korsan ist da kann es für groß sein dass korsan nicht da ist ja dann wäre sie wahrscheinlich erst schon fertig wie wenn er selber eine macht hallo ich werde an den pferd mach die jetzt ganz schnell ganz ganz schnell warte warte easy saß oh mein alles total tiefenverspannt hallo mit schmackes kackbaum fallome bitte hieß sie nicht kackpuh ja ja bist du bei den richtigen spezialisten genannet hallo 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 die haben halt alle irgendwie ne schraube locker ich höre schon wieder ein danke wie hier auch wo ich immer danke hier was ist das ich will auch mal nen bitteschön bekommen gibts nicht ja weißt du das weißt du das irgendwie macht die wohnung heute komisch über heute ich kann ja direkt insichtbar gehen nach der fähigkeit wie cool ist das weiß ich nicht reicht hast du nen poltergeist die wohnung ich habe auch nen poltergeist zuhause nein herausforderungen HAWN ich hab ihn haare halt genannt keine probleme ja das ist eine herausforderung mit deiner wohnung macht geräusche ich sitz unter der blume ach so ach so ach so das ergibt natürlich sinn ja ihr habt recht ach so ach so verstehe das ergibt alles äh ja Das sind die Kameras. Das weiß ich, warum ich mich immer beim Schlafen so beobachtet fühle. Oh ja, du hast ja keine Ahnung. Ja, aufgrund deiner Aussage, ja, vorhin. Ja, so ja eh schon von mir. Ja. Ich dachte, das ist ganz normal, dass hier alle Big Brother spielen. Ne, sie meinte was ganz anderes. Mach halt den Stream aus, wenn du fangst. Big Brother ist die Packerser-Edition. Jetzt auch erneut. Übrigens, Luca, ich habe gesehen, du hast neuer Boden in deinem Haus. Finde ich super. Ich hatte vorher so einen komischen Marmorboden und der ging voll auf den Sack, weil irgendwie war das zu viel, finde ich. Moment, ist das Karomuster? Jetzt ist der so dezent. Jetzt habe ich Schneeflocke, heißt der Boden. Ist ja nicht ganz nice. Mit Glitzer-Tapete, ja. Ja, ich hab... Wie hieß nochmal der BDO-Streamer, den Streamer nach Floppen? Oh Gott. Oh Gott. Hab ich auch schon von gehört. Gab's so einen, ne? Den gibt's nicht mehr, glaube ich. Und beim... Ah ja. Da gibt's ja auch nur Streamer, die ganz aus Versehen vergessen haben, dass sie noch im Stream sind. Da mich der Discord immer fragt, läuft der Stream noch, vergesse ich das sicher nicht. Mehr bräuchte hast du Angst noch gar nicht zu sagen. Da gibt's ja ganz andere Seiten. Das ist mir bisher auch noch nicht passiert, muss ich sagen. Oh, wow. Es gab mal einen YouTube-Streamer, der hat vergessen, den Stream auszumachen und hat dabei Koks genommen. Und ja. Man hat live mitgesehen, wie das FBI noch reinkam. Sie sind wegen Koks da mit dem FBI reingetragen. Ja, weil leider das FBI gerufen wird, vermutlich. Boah, die haben auch alle kein Leben, die Leute. Lass sie noch kosten. Du hast ja keine Ahnung, was in der Menge abgeht, aber weil man irgendwie in einem Shooter erschossen wird, weil man verliert und das nicht aufnimmt, rufen Leute, äh, Polizei oder so. Ja, spotten. Das ist absolut dumm. Die spotten die Leute. Das ist so dumm, ey. Manchmal steht ein Spot hier in deiner Wohnung. Das ist ein FBI-Undsch doch nicht an, über irgendeine Aussage, aber auch noch schon handfeste Beweise, oder? Ja. Ja, aber wegen sowas kommen die doch nicht. Naja, der Stream war ja an. Die kommen wegen so einer Lapanie nicht. Die haben bestimmt nichts zu tun gerade. Oder? Wenn du denen sagst, ey. Wenn du denen sagst, ey. Der hat vor laufener Kamera eben seine Rakete gestreichelt. Wenn du denen sagst, der hat ungefähr 50 Kilo dahinten stehen. Vielleicht kann schon. Wenn du denen sagst, ey. Wenn du denen sagst, der hat ungefähr 50 Kilo dahinten stehen. Vielleicht kann schon. Mann, ne? Was? 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 Ja, gab doch auch diese Koreanerin. Oder war es auch eine Amerikanerin, die halt vergessen hat, einen Stream auszumachen? Genau dasselbe. Nein, die sich selbst befriedigt hat. Ja, genau. Die kennt man ja. Da gab es ja auch ganz viele Best-Offs mittlerweile. Wo Leute ihre Streams nicht ausgeschaltet haben und dann so dumm gelaufen. Oh, mein Twitch-Account ist gesperrt. Wie kommt das? Oh, mein Twitch-Account ist gesperrt. Wie kommt das? Das ist ja auch ganz lindo. Ach, ja. Das ist nicht so einfach, das kann ich überall über die Türen zum machen. Tch. Du hast doch ein Fater. Ja. Leider sagst du Türen nur nicht selber zum machen. Bring ihm das bei. Ja, hast duisen die schon aber, Yanki. ich habe jetzt gerade babys und gekriegt dass du liebe gekriegt habe ich 21 jetzt bester twitch war es immer noch der koreaner der seine bude abfackelt und immer wieder mit kleinbecher wasser ins zimmer kommt ihm zwei meter hohe flamme zu lächeln hat er gemacht ja findest du noch auf youtube ich gucke eindeutig zu wenig anderes war das der da vorher gegessen hat er scheint ja allgemein wille zu sein er kennt ihr diesen einen asiaten der immer der immer diese videos macht wo er ja der zieht immer irgendwie eine decke unter irgendwas weg und meistens das ist ja so wie so ein trick oder so so geschicklichkeitsding du ziehst die decke weg und die sachen fallen nicht um und er macht das halt immer so er legt sich immer nackt da drunter und zieht dann die decke irgendwie auf ganz coole weise weg man sieht dann erst hinterher dass er da nackt runter ist also man sieht zwar nicht dann hat er da so eine tasse oder so oder so ein da noch irgendwo liegen er hat bestimmt schon 10 20 videos gemacht davon damit verbringt ihr eure freizeit ganz ehrlich du bist auf instagram jetzt ein bisschen runter ja ich habe zum beispiel da scrollst du einfach ein bisschen runter und dann weißt du so wie solche sachen ich wüsste warum ich nicht auf instagram bin während ich auch während ich auch cool fand die stelle der sein pte offen im stream zusammengebaut hat dann was getrunken hat weg liefen nicht gemerkt hat dass das glas um kippt in den pc dann kommt wieder rein schalte pte ein hat der schmerz mein kollege hat sich erst einen neuen kühler bestellt na für sein das oder komischerweise war das mainboard zu klein also hat er die den lüfter vom kühler einfach mal einfach mal auf die andere seite in richtung des lüfters des außen lüfters gepackt das heißt die warme luft klingt intelligent die warme luft jetzt rein und auf der anderen seite man muss jetzt bei der hexamarin quest da hat sich doch was geändert das nur umdrehen müssen so dass der lüfter vom pc auch nach außen man muss die kalfjörn quest fertig haben oder war das nicht irgendwie so irgendwas haben wir doch da jetzt geändert nein ich meine wenn du das erste mal machst um die blütenblätter abzugeben rein theoretisch musst du jetzt zum karmansilbetempel in die heidel gehen und kannst da dann bei der auch wieder die feen eintauschen hast du das schon probiert oder noch nicht hallo gestesia nabend zwei eine minute viele von diesen dinge braucht man dann um sich eine fe zu holen und wie lange dauert das sich eine fe zu holen haben und hexte marie also die dass man da vorher irgendwelche dann kriegst du ja beim farm automatisch blütenblätter und du kannst im täussten mal zwei blütenblätter ein für eine fee im karmansilbetempel es ist nicht direkt ein tempel es ist halt ein weißer baum und da sitzen halt drei mädels auf dem thron im tempel drinnen genau das ist nicht schlau also wenn du zehn in der tasche hast dann drückt nicht da drauf sondern ich hab schon mal zehn abgegeben das war nicht zu schlau oder flügel für eine fe... äh... lutrian ist mir auch schon passiert ist mir passiert ist mir passiert ich hab die zehn im momentan und auf meinem die zehn finden aber kann er nicht machen ja bitte quatschi also nur noch ja meine heißt nightmare ja boah ich mach das jetzt gleich ich hab dich überhaupt nicht mehr also hier ist heidel und hier ist der kammer ich meine tinkerbell kann man dir auch einen namen geben und das ist dann... wie heißt die püppi hier? tinkerbell ach seh ich so nicht, wa? hier also es heißt geheimnisvolle gefährte heißt die quest und da übergibst du lylasblüten dann an tea ja also ich warte mal mh... nee das ist lolles blender ja ich hab die schon so oft gemacht Uh, ist er da schon fertig. Das ist alles A und G. Also seine Fee kann auch komplett trip werden. Diese Fee, die automatisch Pots einwirft, die kriegt man aber nicht so direkt, ne? Nein. Glückssache. Gibt's denn da noch so viel Feen? Die können zum Beispiel Wüstendubuff, also Wasser potten oder Arznei-Tee, äh... Was ist die da so für Sachen? Was finden die denn so für alles? Das ist das schnellste, was das angeht. Potten können sie halt, äh, das schnellste wäre da zwei Sekunden. Gewichtsmalus wären 125 Prozent, äh, Gewicht. Und du hast erst dann Übergewicht. Wiederbeleben. Äh, du kannst Licht machen, was ganz gut ist. Hab ich jetzt hier zum Beispiel auch noch bei den, äh... Oh, das wäre ja richtig cool. Nicht wiederbeleben. Damit die weniger Schaden machen. Ist halt für Histria und so gut. Wiederbeleben können die auch. Okay. Ohne dass du einen Elyon-Trainer nimmst du dann halt eine Feen-Trainer. Das ist das richtigste Sport eigentlich. In dem Fall. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal, was hat meine Feen eigentlich jetzt wiederbeleben? Auch nur einmal pro... Und jetzt haben wir Feen-Trainer ab die Zeit. Also jetzt hab ich hier 5 Stunden 38 stehen. Aber ich hab auch nur Feen-Trainer Stufe 2. Ich weiß das halt nicht. Die haben irgendwas geändert. Vorher war es nur notwendig, Hexe-Marie-Quests fertig zu haben. Also die Käufer-Quests klein muss komplett ruhig sein. Aber irgendwas haben die jetzt so geändert. Und ich weiß nicht genau, was das war. Das wär halt nice. Feen-Trainer ist das höchste aller eine Stunde. Du fütterst die mit deinen Waffen, die du farmst. Mit ungeplussten Waffen. Wollen die Feen füttern oder sind die einfach so? Oder mit Honig. Waffen. Waffen, Rüstung, alles was du findest. Das musst du aber nur machen, wenn du sie leveln willst. Aber du musst die halt leveln, weil sie alle 10, äh... Das ist nicht wie Pit. Um ein neues zu leveln zu haben. Okay, gut. Leider wär'n auch cool, wenn die auch noch loken würden. Naja... Du kannst die zwar ausleveln, aber... Das heißt, ich könnt auch einfach ne crappige Feen behalten und die dann hochleveln. Ne. Ja... Die gibt halt unterschiedliche Arten. Die gibt halt, äh... Die erste Feen, die kann halt... Glück bringt die Feen immer. Plus ein Glück. Jede Feen. Dann hast du ne T1... Äh... Warte mal... T1-Fee. Genau. Die T1-Fee kann eine einzusetzlichen Effekt erlernen. Von diesen Potten, Gewichtsmaus etc. Die T2-Fee kann zwei erlernen und so weiter bis T4. Ach so. Und aus diesen... Wenn du die Spielblätter abhebst, kann halt ne T1, ne T2, ne T3 oder ne T4-Fee rauskommen. Sag das doch nicht so. T4-Fee ist ja unwahrscheinlich. Sag das doch nicht so. Sam hat auch ne T4. Es ist für normale Spieler unwahrscheinlich, ja. Einen hab ich mir aus ner T3 gemacht und die andere hab ich gefunden. Es ist aber die Wahrheit. Ja du hast zwei T4s. Verdammte Axt im Walde. Hallo? Hallo Kuno. Wundern. Kannst du auch durch schwankende Risse machen, man muss aber spezielle Flüge schlafen. Diese Feenflüge. Die Funden. Ach so. Mann da bin ich ja wirklich kurz vor meinen 4,9% der F. Auf meinen 5% war nicht. XP. Ich bin aber auch heute, ne. Wie erschlagen. Ne man es schmeckt so gut, ich freu mich schon wenn ich es nachher essen kann. Dein Ghoulash fliegt hier noch quer am Magen von Yastan. Neiiiin. Ich will noch. Oh liebe. Ich will noch nicht gehen. Nein meine Kutum ist fast kaputt. Ich will jetzt aber nicht gehen. Wie es mit Trash aussieht. Ich müsste jetzt gleich bei 11.000 rein kommen. Ich hab noch EP-Waff drin. Verdammt euch. Pfff. 10.600 oder so. 10.500 hab ich jetzt noch. Jetzt hab ich hier. Ja. 10.495. sind. So estan. Hmm.